Klingt halt schon wieder danach, als würden die dümmsten Wichser der Welt populär gemacht werden. Du trinkst einfach nicht, wenn du sch*** Auto fährst. Mir sch*** egal, ob das ein Schluck ist oder zwei. Du säufst nicht, wenn du Auto fährst. Was ist mit dir? Jeder, der das nicht sch*** befindet, der ist kaputt im Kopf. Das ist ja eine offensichtlich menschenfeindliche, frauenfeindliche Argumentation, die man einfach mal in den Raum wirft für Content. Da muss man jetzt die Frage stellen, wann ist denn der Punkt erreicht? Wann ist denn der Punkt erreicht? Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkawal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Ein Alpha-Kevin-Video. Oh Gott, da bin ich bereit für ein Alpha-Kevin-Video. Die Kontroverse und Vorwürfe um Zabricks. Wer jetzt zur f***ing Hölle ist? Zabricks. Das klingt jetzt total arrogant, aber wenn du nicht, wenn du, I don't f***ing know. Sidekick von Philo? Also das würde nicht arrogant klingen. Ich will jetzt gar nicht, weißt du, es klingt immer so, ich bitte, bitte, wenn hier irgendein Zabricks-Zuschauer jetzt kommt und sagt, was ist dieser H*** Sohn? Warum redet der so über meinen Lieblings-Streamer? Ey, es tut mir leid, ich bin einfach nur alt. Ich krieg es nicht mehr mit. Wirklich, ne? Ich wirklich, ich bin gestern eingeschlafen und da war Minecraft noch das beliebteste Spiel der Welt. Ich wirklich, es nimmt es mir nicht übel. Ich bin f***ing old. Bevor hier irgendwer gottlos auf Mutter geht, will ich sagen, gerne, aber seht es mir nach. Ich bin ein senile alter Mann. Ich bin ein senile alter Mann und helft dem alten Mann gerne über die Straße und seid ein bisschen nachsichtiger. Danke. Ist Zabex jetzt wirklich so problematisch oder wird auf Twitter gerade ein neuer Skandal erschaffen, um sich mal wieder etwas sinnlos aufzuwägen? Diese... Oh, ein Video über eine rechtsextreme Plattform eines rechts-narrativ-konservativen Totalspinners Elon Musk. Toll. Die Frage gehen wir heute genauer nach. Was jetzt passieren wird? Ich werde jetzt eine Aspirin-Komplex nehmen und dann gehen wir rein ins Alpha-Kevin-Video. Sehr löblich und deswegen schauen wir uns doch erstmal an, weshalb Zabex überhaupt in der Kritik steht. Vor allem stellenweise bei seiner eigenen Community, was aus Creator-Sicht nicht gerade sehr geil ist. Wie einige wahrscheinlich von euch schon... Was ist passiert? Was ist die... Was ist die... Was hat er getan? ...mitbekommen haben, ist Zabex mittlerweile Markenbotschafter von Gönnergy geworden. Also... Oh. ...der Energy-Marke von Montana Black. Und daraufhin treten jetzt einige durch, weil wegen Monte und so, der ist ja highly problematisch. Was soll die Sch***e? Zabex Real Rap, peinlichste Entwicklung aller deutscher Content-Creator dieses Jahr. Zabex Downfall is crazy. Vom Sympathisanten zu Montes Hure. Der hat sich zum Hund machen lassen. Ein Hund, den du immer, solange du ihn hast, neben dir an der Leine hältst. Bei der ersten Gelegenheit, wenn die Leine reißt, ist der Hund weg. Und deshalb verstehen sich Monte und Zabex übrigens ganz so gut, weil Monte immer mal die Leine locker lässt. Nein, aber jetzt... Oh. Bruder. Einfach mal wieder zurück zur Kritik. Viele finden es wirklich unfassbar schlimm und gleichzeitig verantwortungslos, dass Zabex momentan ziemlich viel mit... Aua. Alter. Alter. ...Montanerbleck unternimmt, chillt, befreundet ist und ihn nun sogar bei seiner Marke Gönner G ziemlich krass supportet als Markenbotschafter. Damit wären die beiden jetzt nicht nur noch gute Freunde, sondern sogar mehr oder weniger Geschäftspartner. Und die... Hä, warum sitzen die da in der Garage? Die Kritik, die handelt jetzt bei Zabex davon, dass er beispielsweise Energy-Produkte bewirbt, weil das ist ja doof und so und das ist ungesund und bla bla bla. An der Stelle ist natürlich ganz logisch, Holy ist weiterhin das Beste, Link ist in der Beschreibung, checkt das ab. Aber die Kritik geht bis hin zu Kommentaren, wie das Zabex ja jetzt mit Monte chillt, der wiederum... Huh. Okay, Alter, was ist hier los? ...mit Faschus chillt und das deshalb umso problematischer ist. Also der Kernpunkt des momentanen F***sturms besteht daraus, dass Zabex eine hochumstrittene Person wie Montana Black unterstützt und mit ihm sogar eine Geschäftsbeziehung eingegangen ist. Also ich glaube, ich würde erstmal ganz kurz sagen, ich glaube, das Video hätte man sich sparen können, wenn man versucht, seine Kontroversen nicht auf Twitter hervorzureben. Ich denke, alles, unabhängig davon, was es ist, was auf dieser Plattform verfasst wird, ist keine Grundlage, um sich die Frage zu stellen, ob das rational ist oder nicht. Es ist immer irrational. Das ist keine Substanz mehr für irgendwelche sachbezogene Kritik. Das ist ja nicht mehr greifbar. Es hat sich über die Jahre mehr oder weniger selbst zersetzt. Es ist vollgepumpt mit Bots. Es ist entkernt worden. Also das ist, um auf die Frage zu antworten, ist die Kritik, die da auf Twitter geäußert wird, in irgendeiner Form gerechtfertigt? Nein, weil alles, was auf Twitter geäußert wird, in keiner Form als ernst genommen werden sollte. Also nichts, nichts. Es spielt überhaupt keine Rolle. Nichts. Das liest, das ist... Das hat sich halt so ergeben. Viele, viel zu weit. Doch wie viel ist da wirklich dran und ist die Kritik gegen Zabex berechtigt oder eher weniger? Aber jetzt bin ich interessiert. Ich will erstmal wissen, wer... Erstmal, vielleicht wird mir noch erklärt, wer es ist. Erstmal muss man aber darauf zurückblicken, weshalb Zabex so stark auch von der eigenen Community kritisiert wird. Das Ganze ist hierbei relativ easy zu beantworten, denn Zabex scheint ein ziemlich korrekter Typ zu sein, der tatsächlich auch sehr viele positive Werte vertritt. Wenn er bislang Kritik bekam, dann sah er diese Kritik ein, entschuldigte sich wirklich aufrichtig, wie er das damals beispielsweise auch bei dieser Philo-Thematik tat, als dieser Vorfall bei dieser Gamescom-Thematik war. Das sag ich euch von Herz. Ich hab mich wie ein kleines Sch***kind verhalten. Und das ist mir im Nachhinein extrem unangenehm. Ich saß da im Podcast. Ich hab mich wie ein kleines... Wirklich, das muss ich einfach so sagen. Ich hab mich wie ein kleines Sch***kind drüber gefreut, dass ein Creator aus... in der Creator-Lounge ausgeladen wurde. Und ich hab mir... Ach, der ist das, der mit Philo den Podcast hat? Hier so zwei Rühreier in der Pfanne oder so heißt der doch? Ich hab auch einige Reactions angeguckt. Hashtag vegan oder so. Ich konnte die Podcast-Passage nicht mehr hören. Also er ist jemand, der sich prinzipiell für gute Werte einsetzt, in vielen Bereichen sensibilisiert ist und Kritikansicht... Ah, cool, cool, cool. Okay, jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Ah, okay, ja krass. ...sieber komplett einzieht. Und dadurch, dass er auch ziemlich lange in der Bubble von Philo, Papa Platte und so weiter war, bestärkt es halt das Bild eines Creators, der komplett family-friendly drauf ist. Mhm. Und das wird mit Sicherheit auch der Grund sein, weshalb so viele Leute die Zusammenarbeit zwischen Zabix und Montana... Ich glaube, du bist einer der wenigen Streamer, du warst, von dem man glaubt hat, etwas anstatt Moral zu haben, wie du zum Beispiel Schraden konfrontierst. Wer ist denn jetzt schon wieder Schraden, Digga? Ey, ich brauch einen Grundkurs. Ich hab das Gefühl, ich bin... Ich bin jetzt schon wieder Schraden, Digga. Rudi, ich bin schon wieder 9 live. Leute, ich helfe... Jungs, Jungs, hört mir zu. Es hilft mir doch nicht, wenn ihr mir Antworten habt und ihr sagt 9 live. Was soll ich denn damit anfangen? Wenn ich sage, wer ist das? Und ihr sagt 9 live. Und ich sage, okay, rufen wir jetzt hier einfach Wörter in den Raum, oder was? ...Pleck extrem kritisch sehen. Denn gerade Leute aus dieser Bubble werden vermutlich nicht die allergrößten Fans von einem Montana-Pleck sein. Einfach, weil Monte aufgefühlt alles einen F*** gibt. Das kann man eigentlich schon zu... Kennst du den Habicht-Clip? Ich habe wirklich Angst, Nein zu sagen, weil ich mich vollkommen... Weil ich mir wirklich vollkommen lächerlich vorkomme mittlerweile. ...offensagen. Ihm ist es halt in der Vergangenheit komplett egal, wirklich der Freundlichste zu sein, die allerpositivsten Werte in jeder Hinsicht zu vermitteln. Seien es zum Beispiel damals die Casino-Thematik, die... Ich fühl mich... Ich fühl mich ein bisschen... Ich fühl mich wirklich ein bisschen... Äh... Ich fühl mich abgehängt gerade. ...NFT-Werbungen oder Aussagen, die der familienfreundlichen Szene nicht gerade sehr gefallen würden. Beispielsweise ist Monte für viele alleine schon ein Fascho, weil er damals meinte, dass schwerstkriminelle Ausländer ihr Recht auf eine Integration in Deutschland verwirkt haben. ...und sagen, nämlich, dass wenn die hierher kommen und sich nicht benehmen, schwer kriminell werden und nicht ein neues Leben hier suchen, sondern nur das einfache Leben auf Vaterstaatstasche. 99,999% werden genau dasselbe wollen, nämlich dass diese Leute zurück... Digga, es ist übelst interessant, wie schnell der Teppich eingeschäumt wird, ne? ...geschickt werden, weil sie ihr Anrecht, hier in Deutschland ein neues Leben anzufangen, verwehrt haben. Und das ist die bittere Realität. Das ist halt ein Thema, wo jeder seine Meinung von mir aus haben kann. Der eine meint, dass ein schwerstkrimineller Wiederholungstäter zurückgeschickt werden soll, und der andere fordert in solchen Fällen eine Strafe nach deutschem Recht in Deutschland. Am Ende ist es aber für mich persönlich zumindest eine Meinungssache und jetzt nichts, wofür ich jemanden direkt als Fascho bezeichnen würde, wie es oft dargestellt wird. Grüße gehen übrigens raus an Shoyoka. Also das jetzt einfach mal nur zur Einordnung, weshalb die Sichtweise... Digga, ich hab keine Ahnung, worum es da geht jetzt. Und ich kam in den Clip vor. ...die von Sarbex gegenüber Monte nicht unbedingt die Beste ist. Und deshalb kann ich es mir auch umso besser vorstellen, dass die Community das Ganze noch stärker nach oben... Also sie haben einen Content-Creator, der mit Philo und Papaplatte rumhängt und damit als Based eingeordnet wird, ändert das dann und deswegen wird er dann als nicht mehr so Based eingeordnet. Weil Monte ja offensichtlich rechten Sprechen nachklappert. Also das ist ja eine ganz klare rechte Forderung. Abschiebung ist ja eine rechte Forderung. ...open pusht und diese Kooperation kritisiert. Doch wie finde ich es nun, dass Sarbex Markenbotschafter von Gunnergy ist und ist die Kritik an ihm legitim? Naja, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich auf ein paar Punkte eingehe und dann das Ganze beantworte. Sarbex stande und steht oft für stabile Werte. Leider hat er die typische Influencer-Krankheit. Sobald es um den eigenen Geldsack oder mehr Reichweite geht, verkauft er genauso wie alle anderen seine Seele. Traurig, aber so tickt Twitch Deutschland. Okay, also Sarbex ist eigentlich jemand, der für gute Werte steht, ab, aber nun seine Seele für Geld verkauft hat. Sehe ich persönlich nicht so. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber wenn ich mir jetzt mal die letzte Zeit den Content von Sarbex angeschaut habe, dann hat man schon gemerkt, dass er auch auf menschlicher Ebene gut mit Montana Black ist. Inwiefern das jetzt nur geschäftlich ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber die scheinen sich ja wirklich ziemlich gut zu verstehen. Deshalb sehe ich das auch nicht als wirklich problematisch an, einen Freund mit seiner Marke als Markenbotschafter zu unterstützen. Auch wenn man dadurch... Hä, das ist ein Energy-Getränk. Was ist das? Also ich meine, ich bin ja auch dafür zu sagen, es gibt für alles Mögliche eine politische Position, ne? Aber das ist ein Getränk. Ich verstehe jetzt nicht. Das ist halt Business, Digga. Wird jetzt auch niemanden vorwerfen, dass... Also, naja, weiß ich jetzt nicht. Ich sehe das jetzt auch nicht so, wenn wir damit anfangen. Also ich weiß jetzt nicht. Also ich verstehe es auf der einen Seite. Ich verstehe es aber auch nicht. Ich bin da gerade so ein bisschen, stehe dazwischen. Ich habe die ganze Zeit... Ich gehe die ganze Zeit Argumente durch. Von wegen, warum ist das dafür okay? Man muss sich halt irgendwie auch mit der Identität des Inhabers auseinandersetzen. Also Monte, seine Positionen bewegen sich ja auf einem demokratischen Spektrum. Sie bewegen sich halt auf dem rechten Spektrum. Aber sie bewegen sich auf dem demokratischen Spektrum. Damit kann man jetzt ein Problem haben. Aber weiß ich jetzt nicht. Vielleicht finden die Leute Monte einfach kacke. Und das ist schon Grund genug. ...ich selbst Geld verdient. Das ist halt... Vielleicht überdenke ich das gerade. Vielleicht geht es einzig und allein um die Tatsache, dass die Leute Monte das kacke finden. Und dann sagen sie, du sollst nicht mit jemandem rumhängen, den ich kacke finde. Am Ende des Tages ist das Business, nur weil man mit dem Montana Blake abhängt, heißt das nicht, dass man hinter all seinen Aktionen in der Vergangenheit steht. Das ist auch so ein Punkt, der mir bei der Kritik immer wieder aufgefallen ist. Viele denken, dass nur weil Zabix momentan mit Max Schradin oder mit Montana Blake abhängt, er automatisch... Das ist Schradin, Alter. Jetzt höre ich das schon wieder. Weil nämlich Deutschland mit 2% am Klimawandel schuld ist, müssen wir aber 180% einbüßen für die anderen. Und Russland und China und Amerika, für die klatschen und tanzen wir auch. Für die Umwelt. Hoppa. Auch du hinterlässt einen natürlichen Abdruck des Klimas und deshalb fahre ich immer mit dem Zug. Aber mit meinem H3-Hummer fahre ich schön zum Bahnhoffreund und blasse 12 Liter raus. Geil! Nein, natürlich nicht. Ich fahre mit der S-Bahn. Schön. Ich schmeiße auch kein Papier auf den Boden, weil die Welt ja sonst untergeht. Und deshalb Windkraft und Wasserkraft und wenn wir mal keinen Strom haben, weil die Natur uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dann hüpfen und klatschen wir. So lange, bis der Strom wieder da ist. Aber ihr wisst genau, was ich meine. Wenn jemand irgendwie Vegetarier ist, weil er die Welt retten will, weil irgendwie CO2-Ausstoß pro Kuh irgendwie da... Dann... Ruhig! Was für ein Hupensohn. Klingt halt schon wieder danach, als würden die dümmsten Wichser der Welt populär gemacht werden. Können die Leute bitte aufhören, diesen Trotteln Reichweite zu geben, damit wir Menschen supporten können, die irgendwie ein bisschen, also ein bisschen was aus der Schule mitgenommen haben? Also so ein bisschen zumindest? Kann ja unterschiedliche Positionen haben, aber das ist ja offensichtlich einfach nur geschwurbelter Blödsinn. Könnt ihr endlich mal aufhören, dumme Leute berühmt zu machen, Alter? Wäre doch echt mal gut. Wir müssen doch nicht... Es gibt doch jetzt genug... Also das habe ich jetzt... Also ich bereue, dass ich weiß, wer das ist. All deren Sichtweisen teilt. Doch das ist halt einfach dieses ganz klassische Kontaktschuld-Denken. Streamer XY hängt mit Monte oder Max Schradin ab. Deshalb ist dieser Streamer jetzt genauso schlimm wie die. Und kann nicht für sich selbst entscheiden, welche moralischen Werte er selber vertritt. Ich könnte jetzt natürlich die Kritik deutlich mehr nachvollziehen, wenn Zabek seine eigenen moralischen Werte komplett über den Haufen wirft und sich ständig darin selbst widerspricht. Aber das ist mir bis jetzt bei ihm noch gar nicht aufgefallen. Denn auch gegenüber dem Max Schradin hat er in letzter Zeit immer wieder Kontra gegeben. Das geht nicht. Ach so, ich darf keinen Schluck Bier nehmen. Du darfst es rein rechtlich. Aber ich finde Real Talk, das finde ich nicht geil. Wenn du fährst, wird kein Bier getrunken. Du hast gesagt, du fährst. Das machen wir nicht. Komplett vorbildliche Reaktion. Bruder, Sabrex, Bruder. Ehre. Ich möchte sagen, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sowas machen wir nicht. Die Tatsache, dass da ein erwachsener Mann neben einem erwachsenen Mann, der aber in einem selber so eine... Weißt du, das ist halt... Weißt du, das ist so eine Psychose, die die Leute haben. Sobald die Kamera angeht. Und ich glaube, das könnte hier der Fall sein. Ich mutmaße das jetzt aber also mit einer Prise Salz. Sobald die Kamera angeht, dann muss hier ein Clown gemacht werden. Und ich meine nicht ein Clown, weil man irgendwie unterhalten will, sondern weil man einfach denkt, man muss über Grenzen hinausgehen. Und wenn man dann am Steuer eines Fahrzeugs sitzt und man säuft sich einen rein, dann finde ich es ehrenhaft, von dem Beifahrer zu sagen, ob du nicht alle Latten am Zaun hast, Digga. Was zur Hölle? Worüber? Was sind denn? Digga! Haben wir eine Zeitreise gemacht? Du säufst nicht, wenn du sch*** Auto fährst? Hä? Worüber? Was ist denn hier los? Du trinkst einfach nicht, wenn du sch*** Auto fährst. Mir sch*** egal, ob das ein Schluck ist oder zwei. Du Pussert. Du säufst nicht, wenn du Auto fährst. Was ist mit dir? Ganz einfach. Ist doch einfach. Trink nicht, wenn du Auto fährst. Was ist das? Reaktion, auch wenn das für einige zu übersch***. Das ist ja übel, ey. Trieben klingen mag. Aber er vermittelt ja ganz bewusst dadurch, dass man am Steuer nichts zu trinken hat. Ja, offensichtlich nicht. Du trinkst nicht, wenn du Auto fährst. Hä? Mal einen Schluck im besten Falle. Es geht ja auch um die Außenwirkung, wie so etwas rüberkommt. Besonders, wenn eine Kamera auf dich gerichtet ist, du Trottel. Da sitzen halt, wer weiß, viele tausend Leute. Also mutmaß ich jetzt. Und dann säufst du doch nicht, wenn du Auto fährst. Das kann man doch nicht rechtfertigen. Außer dieser eine H*** so. Und der kann das immer rechtfertigen, natürlich. Deswegen fand ich das... Es gibt immer diesen einen Trottel, der das natürlich rechtfertigen kann. Der aus unerklärlichen Gründen Alkoholkonsum während der Fahrt rechtfertigt. Weil er sagt, naja, das war ja nur zwei Schluck. Bruder, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Und ich hoffe, du bist nie in irgendeinem Autounfall und irgendetwas involviert, das mit Alkoholkonsum einer anderen Partei oder irgendeiner beteiligten Person zu tun hat. Dann will ich deine dumme F*** mal sehen, wie du irgendwem erzählst, dass das ja nur vielleicht ein oder zwei Schluck waren. Ganz ehrlich, das sind Sachen, die ich nicht mal meinem größten Feind wünsche. Weil das einfach Sachen sind, die deine Geschichte verändern. Und wenn solche komplett unterkomplexen Bastarde durch die Gegend laufen und das irgendwie meinen, ja, muss man sich aber nicht auf... Halt dein dreckiges Maul, Alter. Halt dein Maul. Ich meine, du kannst dir eh nichts sagen, aber trotzdem, das ist der absolute Abf, dass es überhaupt Existenzen gibt, die sich auf dieses Niveau herunterlassen. Und ich meine, dieses Niveau in Form von, man muss relativieren, dass man, während man das Vorhaben realisiert, Auto zu fahren, Alkohol konsumiert. Vor laufender Kamera. Alter, Digga. Man meint, es gibt immer Dinge, bei denen man im Konsens herausfindet, dass der Großteil, oder nee, das ist nicht der Großteil. Alle finden das Sch***. Das ist meine Behauptung. Jeder, der das nicht sch*** findet, der ist kaputt im Kopf. Jeder, der nicht Sch*** findet, dass man während der Fahrt oder vor der Fahrt offensichtlich Alkohol konsumiert und der das nicht problematisch findet, der ist kaputt im Kopf. Der hat hier einen Schaden. Der ist irgendwas kaputt. Da ist was falsch abgebogen. Da ist irgendjemand komplett durchgedreht. Ganz einfach. Offensichtlich. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass in der Situation jemand den Verstand hatte, zu sagen, das kannst du nicht bringen, Digga. Und es gibt immer diesen einen Trottel, der sagt, Halt dein Maul, unfassbar. Dass wir es nicht mal schaffen, in dieser Situation Einigkeit zu zeigen. Nicht mal in dieser Situation. Das ist relativ stark. Weiter auch mit dieser Aussage. Das ist geil. Okay, Zabex, wir haben sie gefestet, jetzt darfst du ran. Oh Gott, davon distanziere ich mich. Okay, okay. Ganz große Distanz. Ganz große Distanz. Was? Ich geh so voll aus dem... Digga, was hat er gesagt? Das ist geil. Hey, Zabex, wir haben sie gefestet, jetzt darfst du ran. Oh Gott, Alter. Ey, Leute. Ey, wirklich. Bitte hört doch endlich auf, diese Hohen Söhne beruhmt zu machen, Alter. Wieso ist dieser... Wieso... Wieso... Ich meine, das muss dieser besondere Jenfelder Humor sein oder so. Aber das ist offensichtlich Abschaum. Und das ist... Worüber... Was soll denn das hier? Wir haben sie gefesselt, jetzt darfst du ran. Alter, ganz groß... Okay, okay. Ganz große Distanz. Ganz große... Ja, ganz große Distanz. Ich geh so voll aus dem Raum. Ganz, ganz große Distanz. Das ist Distanz. Ja, also davon distanziere ich mich meilenweit. Also Zabex steht offenbar nicht hinter allem, was Monte macht, was Max Schradin macht und vertritt sogar seine eigenen Werte. Und deshalb finde ich auch dieses Kontaktschulding bei ihm ziemlich übertrieben. Würde er jetzt genau ähnliche Sachen bringen und auch mit kontroversen Aussagen plötzlich auffallen. Dann würde ich die Kritik... Ja, das ist halt... Jetzt muss man halt an den Punkt kommen. Ich glaube, wenn... Ich glaube, wenn das einmal passiert und wenn das zweimal passiert, dann kann man sowas machen. Aber irgendwann musst du halt die Reißleine ziehen. Ich denke, das ist so eine individuelle Sache. Ich habe das auch schon gemacht im Zusammenhang mit Monte beispielsweise. Da bin ich auch raus. Da kannst du irgendwann... Irgendwann hört es halt auf. Du kannst halt nicht... Du kannst halt nichts... Wenn du nichts erreichst, wenn da nichts sich ändert und wenn immer wieder Blödsinn noch Sch*** erzählt wird, dann muss man halt irgendwann sagen, ja dann, okay, gut. Kann ich nichts mit anfangen, bin ich raus. Und dann passieren solche Sachen auch. Und dann fängt man an, nicht mehr miteinander rumzuhängen. So, das ist so. Ich glaube, es ist schwierig... Ich glaube, es ist schwierig, dass Leute das fordern. Weil ich weiß, dass Leute das auch immer von mir gefordert haben. Ich weiß das. In einer Zeit, in der... Wie kannst du das eigentlich machen, wenn der Typ... Und ich habe immer gesagt, jo, ich glaube aber, ich kann... Ich habe Einfluss. Versteht ihr? Nicht, weil ich das wegen dem Einfluss mache, aber ich glaube, ich habe einen positiven Effekt. Und an dem Punkt, an dem ich gemerkt habe für mich, dass ich keinen mehr habe, dass ich... Oder dass ich nichts davon habe, dass das keinen positiven Einfluss hat, da war ich dann auch raus. Und das ist etwas, das individuell... Das muss man... Das ist so eine individuelle Sache. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache und ich weiß nicht, ob man Druck von außen ausüben kann, um das zu ändern. Ich habe nicht den Eindruck, dass es bei mir funktioniert hat. Ich glaube, ich glaube, dass das einfach eine Sache ist, auf die man selbst klarkommen muss. Das ist einfach so eine... Da muss man selber drauf klarkommen. Und wenn man das irgendwann versteht, dann zieht man hoffentlich seine Konsequenzen. Das sind Entwicklungen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal hattet, wo ihr mit Leuten rumgehängt habt, bei denen ihr glaubt, dass ihr die irgendwie korrekt findet und das echt gut mit denen versteht, aber da irgendwas Problematisches ist und irgendwie habt ihr dann immer so eine Sache gemacht. Habt ihr irgendwie versucht, Einfluss zu nehmen und ihr hattet den Eindruck, dass was positiv funktioniert. Und dann werden Rückschritte gemacht, dann werden Fortschritte gemacht und irgendwann ist es dann weg. Und irgendwie hat das jeder mal so. Ich denke, ich denke, ja. Hinter einem Zabix komplett nachvollziehen. Aber jetzt nur auf dieses Kontaktschuld-Ding zu gehen, finde ich dann doch ein Stück weit zu viel. Gehen wir jetzt mal noch über zum nächsten Kritikpunkt. Ich glaube, es geht darum, dass du einer der wenigen Streamer warst, von dem man geglaubt hat, etwas Anstand und Moral zu haben, zum Beispiel, wie du Schradien konfrontierst, dann trotzdem mit diesen Leuten chillst oder Werbung für sie machst, obwohl sie nicht daraus lernen und was ändern. Ich finde die Argumentation mega schwammig. Nicht böse gemeint, aber nur weil man mit den Leuten chillt, bedeutet das ja nicht, dass man plötzlich alles, wofür man stand, über Burt wirft. Ja, also. Man kann halt auch gut mit Leuten sein, mit denen man nicht alle Sichtweisen teilt im Leben. Klar gibt es auch Grenzen, wo man sagt, okay, hier kann ich nicht mehr mit jemandem befreundet sein, weil es wirklich zu kritisch ist. Aber holy shit, ich habe das Gefühl, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken wirklich immer weiter gepusht wird. Wenn ich jetzt mit jedem Menschen einen Kontakt abbreche, weil wir nicht immer die gleichen Sichtweisen miteinander teilen, dann würde es vermutlich eines Tages sozial etwas schwierig in dieser Gesellschaft aussehen. Ja, ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, Alpha Kevin versteht auch gar nicht die Nuance dahinter. Also er sagt zwar, dass es Punkte gibt, die das ändern, aber welche Punkte sind denn das? Das wäre mal konkret. Also beispielsweise bei dem Schradding-Clip, den wir gerade gesehen haben, das ist ja eine offensichtlich menschenfeindliche, frauenfeindliche Argumentation, die man einfach mal in den Raum wirft für Content. Und ich denke, da muss man jetzt die Frage stellen, wann ist denn der Punkt erreicht? Wann ist denn der Punkt erreicht? Ist das schon genug? Ist das nicht genug? Das ist ja, das ist schon wieder nicht konkret genug. Also anstatt einfach auf das Verhalten von Zabex an sich zu schauen, um ihn dann darauf hin zu kritisieren, werden einfach negative, frühere Punkte von einem Max oder auch von einem Monte auf Zabex projiziert. Ja, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das finde ich persönlich jetzt nicht gerade sehr förderlich, weshalb ich auch die Reaktion von Zabex verstehen kann. Der hat ein Meme gepostet mit diesem Fensteraufkipp-Bild. Dass man es jetzt persönlich für sich aus doof findet, dass ein Zabex etwas mit einem Monte oder mit einem Max macht, kann ich ja komplett nachvollziehen, wenn man die zwei Creator da nicht so leiden kann. Aber direkt davon zu sprechen, dass Zabex jetzt weder Moral noch Anstand hat, finde ich einfach nur übertrieben. Aber das zeigt mir auch wieder ein Stück weit, was Twitter für eine Plattform ist. Dort ist halt wirklich jeder dein Gegner. Sobald du mal eine andere Meinung vertrittst, auch ich werde jetzt der Feind für viele sein, wenn ich denen widerspreche. Und das ist wirklich mies anstrengend. Also was soll ich noch dazu sagen? Ich denke nicht, dass die Leute per se ein Problem mit Zabex oder mit dem Verhalten von Zabex haben, sondern sie mögen halt einfach Monte und Max nicht und feiern das nicht, dass er mit denen abhängt. Dennoch projizieren sie jetzt einfach alle negativen Sachen auf Zabex und das finde ich einfach unangenehm. Wenn man einen Monte nicht leiden kann, aufgrund seiner Werte und seiner früheren Aussagen und Handlungen, dann kann ich das doch durchaus nachvollziehen. Ich habe in der Vergangenheit auch oft genug Monte kritisiert und das in meinen Augen komplett zurecht. Hier wird mir aber ein zu großes Fass für nix aufgemacht. Was meint ihr dazu? Findet ihr, das ist wieder so ein typisches Twitter-Ding, wo einfach jeder sinnlos rumheulen möchte? Oder sagt ihr, dass die Kritik in dieser Form komplett berechtigt ist? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren und lasst natürlich super gern ein Abo und ein Like da, das würde mich sehr, sehr freuen und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, wieder schauen und rein. Okay. Ich mache mal ein paar Punkte und fasse mal ein paar Punkte zusammen, die ich gerade gesagt habe. Erstens, jegliche Auseinandersetzung mit Inhalten auf Twitter halte ich für keine nachhaltig gute Sache. Und es ist egal, was das ist. Alpha Kevin hat da gerade so gesagt, man ist irgendwie immer der Feind und dem würde ich nicht so zustimmen, weil Twitter selbst der Feind ist. Also du bist, obwohl es ist so eine Teilzustimmung, du bist immer der Feind, weil das Prinzip von Twitter so aufgebaut ist. Es geht nur um Antagonisten sein und die Plattform allgemein ist abgestürzt. Deswegen, ja, raus. Den Deal, den Zabriks da hat mit Gönnergy, oh, das ist ein Energy Drink. Der wird halt dafür bezahlt, also ich gehe nicht aus, dass er das auf Freundschaftsbasis macht, der wird halt im Monat da eine fünfstellige Summe für bekommen, nehme ich an und das ist ein Deal. Das Getränk selber ist auch erstmal keine Positionierung. Ansonsten müsste man nämlich auch anfangen, Holy Getränke anhand des Geschäftsführers oder einem der Founder in Frage zu ziehen, denn die sind auch alle irgendwelche Andrew Tate, Elon Musk Fans. Aber dazu später irgendwann mal mehr. Das kannst du halt machen oder du kannst es halt nicht machen. Das ist eine Sache, die sehr, sehr individuell ist. Ich finde, das ist eine Sache, die individuell bei ihm liegt. Er muss das entscheiden, was er macht. Ich glaube, dass er dafür kritisiert werden kann. Ich glaube, dass sowas grundsätzlich thematisiert werden kann. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung diesbezüglich aber nicht diese ist, dass man davon denken könnte, du musst jetzt diese Person aus deinem Leben, dass wir hier sehen, dass gefährdet wird oder deinem Internetauftritt rausnehmen. Ich glaube, was die Leute für sich verstehen müssen ist und die Entscheidung treffen, kann ich mit dem Content Creator, der deswegen jetzt mit Leuten Kontakt hat, die ich nicht cool finde, kann ich den weiter konsumieren, ja oder nein? Und wenn man nicht das Gefühl hat, dass man das kann, weil man irgendwie da irgendwie moralische Fragen hat oder es irgendwie nicht mehr stimmt, dann sollte man den Stream nicht mehr konsumieren. Es würde auf jeden Fall helfen für den eigenen Verstand. Ich würde sogar sagen, es geht nicht mal darum, den permanent nicht mehr zu konsumieren, sondern ich würde einfach empfehlen, dann machst du eine Pause. Wenn dir nicht gefällt, wie aktuell die Entwicklung ist, dann mach einfach eine Pause. Dann mach Pause, von dem Content Creator und guck mal in vier Monaten wieder vorbei. Ich muss sagen, ich habe damit positive Erfahrungen beim Auseinandersetzen mit Parabelritter-Videos gemacht. Ich habe auch festgestellt, ich kann mir die nicht mehr reinziehen. Ich habe das auch offen und transparent gesagt, dass das nicht mehr geht. Und dann habe ich eine Pause gemacht. Und dann habe ich erst mal für mich gar nichts mehr geguckt und jetzt gestern oder vorgestern einfach mal wieder reingeschaut. Und damit schaffst du so ein bisschen Distanz und kannst dann gucken, ob sich irgendwas geändert hat im Verlauf der Zeit oder ob du die Probleme, die du hattest, dich irgendwie anders darstellen und du da nochmal anders mit umgehen kannst oder so. Ich glaube, das ist eine bessere Umgehensweise als perfekt, als definitiv zu fordern, deine Abwand, also das ist, also so ab, sich abzuwenden oder sowas. Das kann man dann, das kann man dann machen. Und dann entscheidet man, ob das weiterhin gut ist oder ob man dabei bleibt und so weiter. Ich denke, das ist erwachsen. Ich finde es von Sarbex auf jeden Fall stabil, dass er Gegenrede macht. Also, dass er, wenn er was wahrnimmt, dass er dann sagt, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht weit genug, weil wenn jemand so ein Spruch mit von wegen, jetzt ist sie gefesselt, jetzt kannst du ran, macht so, dann würde ich halt, also da würde ich halt sagen, mit der Person sollte man eher nichts zu tun haben. Gar nichts. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Ich habe ja auch nichts mit diesem, mit diesem, hier Schraden-Clown zu tun, so ganz ehrlich, ein bisschen eklig. Und ich ärgere mich wirklich, dass ich weiß, wer das jetzt ist. Ehrlich, ich hätte es lieber nicht wissen wollen. Ich hoffe, ich vergesse das in den nächsten Tagen wieder, weil höchstwahrscheinlich, weil ich bin alt. Also wirklich, so ein, also so ein, es ist eine individuelle Entscheidung. Sarbex wird das schon hinkriegen. Wenn er mit Philo unterwegs ist, dann wird er einen richtigen Wertekompass haben, um das zu raffen. Und ich denke, ich mache mir da nicht, ich glaube, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich genug, ich weiß aber, wer Philo ist. Und wenn du aus der Philo-Szene kommst und so ein bisschen aus dieser Sache raus, so ich glaube, dann bist du schon so auf einer, bist du schon ein gut gepolter Mensch. Ich glaube, du bist schon, ich glaube, du bist schon ein gut gepolter Mensch, einigermaßen, würde ich jetzt behaupten. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist meine Einschätzung dazu. Kurz und nicht so kurz. Aber gutes Video auf jeden Fall. Gutes Video. Dann kommst du in meinen Stream, dann geh ich ehrenlos auf Mutter. Danke, Mickey, an der Stelle, ich geh ehrenlos auf Mutter.